Was wird gezockt? Was ist eine Frage? Valorant. Ah, sorry, ich muss kurz ein Deathmatch gewinnen. Ich weiß, du hast seit 10 Jahren kein Deathmatch mehr gewonnen, Schiffschrube. Ich werde bald eine neue Challenge machen, Romatra. Dicksacken für Blauhaken. Oh, da bin ich aber aufgeritten. Da war ich schon mit bei der Challenge. Oh, ich habe noch gar nicht aufgemacht. Leute, wir öffnen den Night Market. Ich habe ein Gold, vier Lila, ein Blau. Was? Maschallah, Alter. Ja, ich hebe kein Geld aus, deswegen wollen die mich immer reinbeten. Geben mir nur die geilsten Skins. Nunca Olividados Bulldog. Celestial Phantom. Schmutz. Sovereign Guardian, auch Schmutz. Oh, Radiant Crisis Phantom, die ist actually sehr cool. Dann haben wir noch, ach, Ego Vandal, nur so eine Waffe. Und Katharina Knife. Also scheiße alles. Ne, Radiant Crisis Phantom könnte ein Cop sein, aber ich gebe kein Geld in dem scheiß Game aus, deswegen. Ne, aber die Skins sind alle Schmutz. Also, jeder einzelne Skin in diesem Game ist leider Schmutz. Wir sollen mal lieber das Game fixen, bevor die weiter Skins machen. Gut, es gibt ein paar grundlegende Sachen, aber irgendwie können sie es nicht. Der Replay-Mode kommt auch anscheinend nie mehr raus. Kriegst keinen Replay-Mode. Bist du dumm, Schiffschrube? Dann würdest du ja sehen, wie schlecht dieses Game ist. Ich finde, in VCT hat man das krass gesehen. Da sieht man ja immer die Perspektive von den Spielern und auch teilweise die Observer-Perspektive. Und ich schwöre, in der Observer-Perspektive sind die im Full-Sprint und oft in der Spieler-Perspektive stehen die schon seit einer Sekunde. Während die umgeschossen werden, das ist so krass. Und das trotz 128-Tick-Server und allem. Nennt sich Peak is Advantage und liegt am Ping. Einfach mal googeln, Romatra. Nein, das liegt nicht am Ping. Warte, are you ready? Ich meine Shisha-Bar vor uns. Oh, jetzt. Ach, ich sterbe noch beim Runterfallen. Das ist kloser, das ist wirklich. Das ist ein miesgestun. Luis, du musst hier echt callen, deine Flashes. Noch einer. Können wir B gehen? Der ist gut, äh, okay. Scham aber hier. Wer jetzt ult, ne? Naja, deswegen werde ich hier auch nicht rausgehen. Viel Spaß, Luis. Auch hier. Okay, dann pick. Wenn ihr ihn alle pickt, dann pick ich ihn auch. Ach, ich werde nie wieder self-spielen, pickt euch. Rechts halt, rechts halt, slow. Noch rechts der Flats los. Oben, oben, oben. Auf ihn. Noch. Hier, ich nehme nicht einmal. Bärenstarker Take. Nimmte Waffe, läuft ganz tief weg. Könnte auch Under und von hinten kommen. Ich schwöre, der Chamber ist schon wieder der Beste. Hast du Bock, ein paar Jungs zu fingern, Romatra? Ah, ah. Das liegen jetzt halt drüber. Auf jeden Fall. Nächster Stunt. Halt, 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 halt. Schöne Romatra. Guter Flash. Halt, halt, halt. Halt. Flash kommt jetzt. Ja. Flash kommt jetzt. Er ist hier. Oh, oh, ich habe auch. Pass auf, der Sky-Dar Chamber, der ist der Beste. Nein. Schau mal, der... Nein, nein, unser Chamber ist viel besser. Kill hier in der fucking Oge. Ich habe ein Problem mit dem Chamber tatsächlich. Ich war nur half-Flash. War eher one-one-one-shitter. Fick dich, du dummer Huhn. Du wirst nicht so getebackt. Hey, Wieland, du... Warum so viel Wieland? Junge, der hat mich dreimal getötet, Alter. Nehme um die Ecke rennen mit seiner scheiß Stinke-Diegel, Alter. Und mir einfach in den Kopf schießt. Da wird noch eine Arbe stehen. Na, Arbe. Warte mal, warte mal. Ich hole den, geh rein. Kann nur rechts stehen, ist gestart. Ja, Romatra hat ihn eigentlich. Oh, was? Schiff, Trommel, was? Er tötet mich. Er tötet mich. Keiner von uns trifft ihn. Wollen wir zusammen droppen? Ja, let's drauf. Eins, zwei, drei. War aber geil. Ich bin seinen Kugel ausgewichen, hab ihn gestanden und dann gefackt den Hurensohn. Oh, schalte. Man, Wim! Fick dich doch auf! Also, dass du den Kill bekommen hast, kleiner Bastard, Alter. Ich geh den anderen jetzt messern. Ja, das ist echt gut. Oh mein Gott, Romatra hat. Ich rülte hier einfach mal. Der hat sich um den Moment teleportiert. Der hat sich nach hinten teleportiert und du hast mich gestandt. Ich schwöre, mein Ziel. Oh, wie kann man so gefickt werden vom eigenen Team? Und zu Chat-Nachricht bei mir? Zahlt Romatra für den Boost? Sag mal, wie der heißt, damit ich ihn aufsuchen kann und ihm liebe Grüße vorbeibringen kann. Kann man sich vor Seven vs. Wild so fett fressen, dass man sieben Tage komplett ohne Essen auskommt? Seven, sieben Tage ohne Essen schafft man. Ja, dann gehst du einen Tag scheißen und dann hast du die Arschkarte. Nee, ich geh dann halt nicht scheißen. Also, ich glaub auch, du weitest dann mit deinem Magen. Deswegen, Leute denken ja auch, wenn sie zum Beispiel eine Woche lang nichts essen, haben sie so krass Hunger und essen ganz viel. Das stimmt nicht, dein Magen verkleidert sich nur über die Zeit. Du kannst weniger essen dann. Mit viel Essen weitest du deinen Magen. Ich bin immer leicht reizbar, deswegen ist das scheißegal, ob ich vorbeibring das ist oder nicht. Einfach der schwäbische Hulk. Sei einfach zu lasch einfach. Ihr seid zwei Tage LAN-Party. Oh nein, ich hab Corona, ich muss nach Hause gehen. Wie wär's, wie wär's, wie wär's, wenn du erst mal dein Loch zunäden lässt und dann scheiß Joey-Hood. Down to the Paradise City. Mitte nach Nacht. Oh yeah. Noch einer Mitte rummacht, den hast du. Ja, den töd ich jetzt. Ja, minus 50. Oh, Alter. Oh, Alter. Könnten auch hier jetzt wieder B gehen einfach. Ich hab zwei Kills gemacht. Komm durch Mitte zurück. Oh, get fucked, Chef-Strummel. Ja, Chef-Strummel. Oh yeah, du scheiß Loser. Ich hab eigentlich auch Pogwin anders zu resten, außer dich, ne? Aber ich hab mit Waki, Digga. Ich hab mit Waki, das ist Skandal. Der ist Storm-Man, Storm-Man. Wieso hab ich dich jetzt gerest? Hä, ich hab die abgelenkt. Okay. Zwei Leute hinter uns. Ihr könnt einfach planten. Aber die Eco-Frax werde ich auch fighten hier hinten. Oh yeah. Eco-Nummer 1. Okay, komm, lass lieber die Runde gewinnen. Okay, dich hier doch wieder handen. Danke. Sind der? Wo ist der? Wo ist der? Der hat eine Shotgun, der baitet hier. Einen Bock, Digga, wen bist du verarschen? Einer ist noch Rapser. Einer kommt. Peak den nicht. Ah, oben drin geflantet, immer noch. D4. Ah, Shot. Shot. Zero Raps ist der Beste mit seinem 50er-Ping. Lass ihn aber auch gepiekt, ne? Ich weiß, ich wollte ihn noch haben. Ich sag, wenn du ihn nicht gepiekt hättest, hättest du die Runde noch einen Frack gezogen. Wenn Romantan das sagt, dann ist das auch so. Respektier die Drohne, dem sowohl. Ich respektier gar nichts, Alter. Ich scheiß auf den Sohber. Okay, jub dich gar nicht, ne? Jub mich wirklich gar nicht. Ja, bist so eklig. Irgendwann, gefickt hab ich den schon wieder. Einer flankt. Du hast noch Ult, Luis. Hast du noch eine Wall? Nice. Hast du noch eine Wall? Ja, ja, klar. Wall, mal bitte. Halt den Prügel. Ja, den Proff. Trotzdem gemacht, das ist okay. Hälfte, 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 Hälfte. Die ist rechts. Minus 40. Einfach hier laufen und durchziehen jetzt. Zieh, 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 ich hab dich. Hab dich nicht, aber du hast es. Oh, mein Gott. Daneben. Oh, ich fand das so geil. Du Ult ist, der läuft aus deiner Deckung raus. Ich schieße ihm einfach in den Kopf. Ich schwöre, mit dir zusammenzuspielen. Macht so Laune. Ich bin ja die Runde Nummer A. Ich hab das Gefühl, die gehen jetzt A. Nee, der hätte sich A gehen, dann streamst du halt nicht. Ah, wen denn? Wieso sollten die dir aus dem Weg gehen mit 613? Links, rest. Oh, mein Gott. Der hat wirklich noch... Einer kommt back. Einer kommt von hinten. Der hat wirklich... Ja, ich war gerade cool. Der hat mir vorhin. Einer ist yellow. Einer ist yellow. Einer ist yellow. Ja, ja, du gehst auf den Smurferino. Noch ein bisschen Freelaw abholen. Der Plan ist, jetzt mit dir noch ein bisschen zu climben. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, hat sich der Strubbel unter mich wieder runtergespielt. Weil er so kacke ist. Ja. Viel Glück bei eurem zukünftigen Weg. Danke. Tschüss. Was? Ich schwöre dir. Gefällt dir der 80er, Pigen? Ich hab sogar gepre-feiert. So sehr pre-feiern kannst du gar nicht.